Pedda Las Vegas? Jo Wie bist du auf dein Name gekommen? Hama 3 Name Wie bist du darauf gekommen? Boah ich glaub das könnte ne Anspielung auf die Stadt Las Vegas sein Nein, weil er hat sich Carsten Vegas genannt und hab ich äh Ja ok das ist ein paar Anspielungen auf Jaja Carsten Vegas jungen Ja du kennst ihn ja Freak Jetzt sehne ich mich wieder Der gute Typ Jungen Genau Überall so Soldaten und immer stellt sich so ne Frau mit so ner Tora Äh Klär ich mir Ja man Muss ich auch meine Arme verschränken? Äh Ich rauch ne Kippe Ich glaub der haben 9mm Ich glaub der Ich glaub der Ja der hat 9mm und Schuttgart Ja Ja Jani Jo Kannst du kurz mit hochkommen direkt der Büro War ich das? Komm jetzt einfach mit Mann Las Vegas ist zu zu FBI Direktor Büro gewechselt Nein nur zum Tipp er war es nicht Ja Ja 825 Krieg ist sie zu Start Zu Channel Start Sammelstelle gewechselt Was schauen wir überhaupt für ne Route Was schauen wir überhaupt für ne Route M-A-MX10 hat den Channel betreten Chris hat den Channel betreten So ich bin wieder da Taxi hat den Channel betreten Taxi ist zu zu FBI Besprechung gewechselt Übrigens wie die Tankschein sind kaputt ne Der Tankmeister Risi hat den Channel betreten Die hintere geht doch oder? Nein Taxi hat den Channel betreten Die haben wir irgendwie kaputt gekriegt Weil wir da Weil wir da Weil wir da Weil ich und jemand anders halt gleichzeitig drauf geflickt haben Seitdem geht die nicht mehr Und ihr könnt ihr da auch nicht Gleichzeitig wieder beheben oder so? Nö Na komm und probiert Wreck Wreck eben Der ist auf der großen Brücke Ich gehe bewreckt Wo ist er genau? So Wie sieht er gerade weg? Wie sieht er gerade weg?